Man ist auch auf der Suche nach der ewigen Jugend. Das probieren manche aus. Zum Beispiel wenn man laufen geht auf einen Schiff, für eine kleinere Welt und so weiter. Oder manche probieren auch aus mit Klaus oder Vitamine und so weiter. Oder man lebt auch vegan. Aber was wirklich helfen soll ist, dass man sich auf die Jugend erinnert. Also zum Beispiel auf Cola Rot in der Jugend Disco. Das hilft wirklich. Wenn die Jugend Disco geht und ein paar Cola Rot trinkt. Das soll wirklich helfen. Bis dann wieder weiter. Die Jugendlichen.